In der Welt von One Piece steht das Jahr 2025 vor der Tür und wir dürfen mit einem großartigen Jahr rechnen, denn viele Fraktionen machen aktuell ihren Move. Neben Ruffy auf L-Bahn haben wir Shanks, der unterwegs ist. Wir haben Blackbeard, der seinen Plan verfolgt. Auch die Revolutionäre greifen aktuell die Tenryubitus und damit die Weltregierung an. Und man stellt fest, jeder Mainplayer im Endgame hat ein Interesse, den jeweils anderen auszuschalten. Und da kommen wir zu dem, was Oda bereits angekündigt hat. Es wird ein Battle Royale am Ende geben. Und im heutigen Podcast schauen wir die ganzen Wechselwirkungen an. Wer greift wen an? Wer macht gerade was? Dazu habe ich mir tatkräftige Unterstützung eingeladen. Der gute Myrolux ist ebenfalls am Start. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Podcast. Und falls ihr nichts mehr zu One Piece verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Kanal abonnieren, Daumen nach oben wäre korrekt. Viel Spaß mit dem Podcast. Los geht's. Das One Piece Jahr 2024 neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben nur noch eine Handvoll Kapitel, vor allem durch auch die aktuelle Pause von Oda. Im heutigen Podcast sprechen wir über das kommende One Piece Jahr 2025. Denn dort erwartet uns so einiges. Und dabei ist natürlich auch der gute Myrolux. Jo Leute. Und wir haben ja, bevor wir ins neue Jahr gehen, immer so ein paar kleine Punkte, die man so ein bisschen antizipieren kann. Denn wir können schon ziemlich davon ausgehen, wie viele Kapitel jetzt im nächsten Jahr ungefähr sein werden. Denn Oda pendelt sich da aktuell so um die 30 bis 32 pro Jahr ein. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr an die 30 bis 32 Kapitel haben. Sind ja eigentlich gar nicht mal so viele. Denn Oda hat ja aktuell ziemlich, ziemlich häufiger Pause. Die aktuelle Pause war ja dahingehend geschuldet, dass Oda gesundheitliche Probleme hatte. Deswegen hoffen wir mal, dass das jetzt erst einmal wieder besser wird. Auch das Team von Oda hat dahingehend schon grünes Licht gegeben. Dem geht's auch wieder besser. Das heißt, es geht dann wie gewohnt weiter. Obwohl wir jetzt im Dezember auch schon die ein oder anderen Pausen erwarten dürfen. Dann dürfen wir uns auf die Netflix Season 2 freuen. One Piece geht in die nächste Staffel. Und ich bin mir nicht ganz sicher, es war glaube ich nur bis drum. Also Alabaster wird nur halb angeschnitten. Und dann die Barockfirma so ein bisschen. Aber wirklich das Highlight Alabaster wird dann vermutlich erst einige Jahre später in Season 3 stattfinden. Wir werden vermutlich noch einen neuen One Piece Film Trailer bekommen. Der dann vielleicht für 2026 angeteast wird oder angestellt wird. Denn wir hatten Stampede 2.19. Wir hatten Film Red 2022. Und im Drei-Jahres-Zyklus hätten wir dann eventuell einen neuen Film erst 226. Aber der Trailer, der kommt meistens immer ein wenig früher. Und wir haben dann natürlich mit der Jump Festa, die jetzt im Dezember ungefähr anläuft, ebenfalls von Oda den ein oder anderen Hinweis, was uns nächstes Jahr so erwartet. Gehen wir jetzt ins Eingemachte. Wir haben nämlich von Oda mehr oder weniger die Bestätigung bekommen, und dass wir in dieser finalen Saga eine Art Battle Royale bekommen. Und wir haben ein Panel Ende von Egghead Island bekommen, was natürlich so das grobe Ende so ein bisschen angeteast und gezeigt hat. Zumindest die Mainplayer. Wir haben ja unter anderem neben Ruffy, Shanks, Blackbeard, Buggy, noch viele, viele andere Charaktere und Fraktionen. Und auf die gehen wir jetzt mal so einzeln gesondert ein. Und jetzt erst mal so meine Frage an dich. Was glaubst du ist so primär der Hauptaugenmerk so im nächsten Jahr? Wir wissen ja, die finale Saga wird vermutlich noch einige Jahre dauern. Aber wo glaubst du setzt Oda anfangs so an? Ich glaube, Anfang nächsten Jahres ist erstmal noch echt viel Worldbuilding rund um die L-Bahn-Szenerie überhaupt, Charaktereinführung. Weil, ähm, dem Grunde nach hat man ja erstmal nur einen groben Auftakt gemacht. Ich glaub, also so Q1, quasi erstes Quartal, Januar bis März, befinden wir uns wirklich in der Szenerie, wo sich noch keine Charaktere einmischen, wo jetzt noch nicht Externe irgendwie am Geschehen groß teilnehmen, sondern ich glaub, da geht's immer noch darum, Lore zu erklären, die Piratenbanne der Riesen zu erklären, Lokis Teufelsrucht zu offenbaren. Ich glaub, das wird dann auch so ein bisschen in den Zyklus fallen. Je nachdem, wie viele Pausen im Dezember sind, vielleicht sogar auch noch da mit rein. Ähm, und dann halt so ein bisschen das Worldbuilding rund um, was könnte Ragnarok wirklich sein, was hat es mit dem Baum auf sich, mit dem Untergrund. Also ich glaub, das wird alles nur Worldbuilding sein. Und dann kommt wirklich dieser, ich würde mal eher sagen Richtung Sommer, dann kommt wirklich dieser große L-Bahn-Clash. Weil ja, in der aktuellen Szenerie stellen wir uns L-Bahn auch als kurzen Arc vor, aber ich denke, in bester Oda-Manier wird es schon voraussichtlich das gesamte nächste Jahr einnehmen. Und deswegen verteilt sich das, glaub ich, so ein bisschen. Fühl ich absolut. Gerade nachdem Oda ja, finde ich, in der finalen Sage so ein bisschen auch diesen Schreibstil oder den Zeichenstil oder das Storytelling geändert hat. Auf jeden Fall, ja. Es ist ja so, wir haben ja des Öfteren halt immer so Sprünge hin und her bekommen. Gerade, äh, Acat Island hat davon sehr profitiert natürlich, dass wir ja außerhalb immer die Stationen auch gesehen haben, was außerhalb von Acat Island an Beginns jetzt so abgegangen ist, ja. Sei es mit Blackbeard, Law, ja, oder die Sword-Einheit, etc. Da war ja ganz viel Shanks, Kit und, 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 und. Oda hat ja wirklich sehr, sehr viel von außen gezeigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in dem nächsten Jahr, was L-Bahn angeht, wie du sagtest, halt dieses Worldbuilding haben, dass L-Bahn, ohnehin muss man sagen, L-Bahn wird vermutlich von der Dichte her so enorm werden, weil es wirklich der Arc ist, wo Oda sich vermutlich mit oder neben Wano Kuni oder im Allgemeinen mit am meisten auseinandergesetzt hat. Da hat natürlich auch der Grund, äh, oder da ist natürlich der Grund auch, weil Vicky an für sich und die nordische Mythologie, etc. auch so der große Inspirationsfaktor für Oda war, überhaupt One Piece oder ein Piratenmanga zu machen. Ähm, deswegen wird er sich da natürlich in voller Breite ausdehnen, was das angeht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann dieses L-Bahn-Finale oder den großen Klerch, gegen wen auch immer das sein mag, ja, ob es jetzt noch Loki wird oder nicht, warten wir natürlich mal ab. Oda hat da bestimmt schon einen sehr guten Plan, aber ich glaube, dass das nächste Jahr sehr, sehr gut als Aufbau-Szenerie genutzt wird, um nicht nur auf L-Bahn aufzubauen, sondern auch natürlich halt alles drumherum. Wir haben ja sehr, sehr viele Fraktionen, die jetzt mittlerweile sehr, sehr wichtige Rollen einnehmen werden. Und ich würde sagen, jetzt in Richtung L-Bahn kann man, denke ich mal, davon ausgehen, dass wir vielleicht im Groben und Ganzen erahnen können, in welche Richtung es geht, ob wir tatsächlich hier mit Loki einen Antagonisten haben oder halt eher nicht. Ich denke, das wird sich klären oder relativ schnell klären. Ich denke, dann werden auch die geheimen Charaktere oder der geheime Charakter, der ja auf L-Bahn, auf die Strohhüte zu warten schien, dass der dann natürlich auch noch enthüllt wird und dass wir die Motivation und Hintergründe da natürlich auch nochmal erfahren. Und ich denke natürlich auch so, diese Hintergrundgeschichte um Nika, warum glauben die Leute auf L-Bahn oder die Riesen auf L-Bahn an den Sonnengott, dass man so diese Lore da so ein bisschen mehr beleuchtet bekommt. Wie du halt sagtest, dieses ganze Worldbuilding drumherum und dieses Building drumherum, auch um L-Bahn herum, die ganzen Fraktionen, das wird definitiv auch eine Rolle spielen. Und wir gehen jetzt mal auf diese Fraktionen ein. Und ich persönlich muss dir sagen, was hältst du von dem Move von Shanks? Wo glaubst du, ist der hin? Was glaubst du, plant er in diesem Jahr? Was denkst du, ist so sein Ziel aktuell? Also, wir wissen ja von Shanks tatsächlich, dass er sich immer mal wieder erkundigt hat, wo die Blackbeard-Piraten zu sein scheinen. Also, er versucht ja immer mal wieder, scheinbar denen in den Weg zu kommen. Und er hat sich ja auch bei Wano Kuni gedacht, dass dort die Blackbeard-Piraten sich aufhalten. Und das war ja der Ursprungsgedanke, warum er nach Wano Kuni gekommen ist. Das war ja gar nicht, sich irgendwie mit Green Bull kurz über Haki auseinanderzusetzen oder sonst irgendwas. Klar, hat man damals natürlich auch als Stilmittel genutzt für Film-Promotion, für One Piece Film Red damals, um halt einfach Shanks im Manga zu integrieren. Schlussendlich war aber der Story-Gedanke immer noch, dass er auf der Suche nach den Blackbeard-Piraten war. Ich gehe mal davon aus, dass das... Also, es gibt für mich nur zwei Ausgänge. 2025, entweder wird Shanks ein friedliches Aufeinandertreffen mit den Strohhüten haben, am Ende des Jahres, Anfang 2026, so in die Range, wenn L-Bahn so Richtung Finale geht und es vor dem Kampf gegen Blackbeard zu einem Treffen von Ruffy und Shanks kommt, dann wird das im L-Bahn-Ark sein, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen der Ursprungsgedanke von Oda war. Wie du gerade schon gesagt hast, Oda hat immer dieses Wikinger-Szenario gehabt. Viele seiner Ideen für One Piece wird er in den L-Bahn-Ark gepackt haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sein Gedanke, okay, wann werden sich Ruffy und Shanks irgendwann mal wiedersehen in der Story, ja, im L-Bahn-Ark, so, weißt du? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Oda sowas in die Richtung mit implementiert. Für wahrscheinlicher halte ich aber trotzdem, dass Shanks sich komplett raushält aus der L-Bahn-Szenerie, auch wenn es sein Territorium ist. Quasi wird er nur, ja, über Eckstellen mitbekommen, was mit seiner Insel, in Anführungsstrichen, passiert ist in dem Sinne. Schlussendlich, glaube ich, geht sein Move wirklich dahin, dass er 2025 klar herauskristallisiert, wo die Blackbeard-Piraten sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten und dann einen Angriff plant. Ich glaube, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass nicht Blackbeard derjenige ist, der Shanks angreift, sondern umgekehrt. Ja, ich hoffe immer, dass wir bei Shanks zumindest nicht irgendwie einfach nur ein Lächeln oder sowas bekommen, sondern dass wir da wirklich, wie bei zum Beispiel die Aktion gegen Kit, dass wir vielleicht ein, zwei Kapitel halt wirklich so ein bisschen Shanks-Action bekommen. Ich meine, das reicht ja eigentlich auch schon, dann ist so die Community auch so ein bisschen befriedigt, ja. Wenn man da natürlich so einen heftigen Move oder irgendwie sowas hat. Natürlich ist Blackbeard auch Shanks ein Dorn im Auge nach wie vor. Und ich persönlich muss sagen, so dieser Clash zwischen den beiden, der wurde ja irgendwo auch so angeteast, ja. Natürlich muss man sagen, und ich denke, das fühlen eigentlich alle, Blackbeard ist der Gegner für Ruffy. Das heißt, Shanks wird ihn nicht erledigen oder so. Ich rede ja immer gerne davon, dass Blackbeard Shanks überlebt, ja. Dass er ihn nicht erledigt oder so, sondern dass er ihn tatsächlich einfach nur überlebt, was auch schon ein heftiger Feed ist. Ähm, dass wir da vielleicht so eine Art Move bekommen. Shanks will ja per se, oder hat gesagt, er wird sich jetzt das One Piece holen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da vielleicht auch die ein oder anderen Infos hinsichtlich des letzten Roe-Porn-Degrees bekommen. Oder halt die Info bezüglich des Mannes mit der Brandnarbe. Oder dass wir da natürlich mehr erfahren. Denn ich denke, Shanks dürfte als Charakter, ich sag mal, big enough sein, dass der uns da so die ein oder anderen Infos, ich sag mal, zur Verfügung stellt. Und ich denke, das könnte man sehr, sehr gut mit hier, ich sag mal, in Einklang bringen, weil gerade auch Blackbeard jemand ist, der diesen Mann sucht. Das kann man eigentlich sehr, sehr gut kombinieren. Ich persönlich hoffe, Shanks kommt vor, ich hoffe, der kriegt hier vielleicht ein oder zwei Kapitel, dass es nicht nur wirklich nur ein Panel ist, wo er irgendwie auf irgendwas reactet oder sowas. Ob er jetzt wirklich auf Elban eine Rolle spielt, finde ich, muss nicht unbedingt sein. Ich meine, er ist ja nicht umsonst da abgehauen. Dass er aber eigentlich irgendwo weiß, okay, wenn Ruffy dort ist, dann sollte da ja eigentlich nichts passieren. Dass er so Elban so ein bisschen die Hände von Ruffy gibt, das fände ich auch ganz cool. Aber Shanks, sind wir mal gespannt. Der hat auf jeden Fall Potenzial, hier einiges zu bewegen. Gehen wir weiter direkt zu Blackbeard. Denn Blackbeard, der hat ja einen konkreten Plan. Der will ja theoretisch oder konkret eigentlich mit der Weltregierung verhandeln. Warum auch immer, Blackbeard weiß um einiges mehr, als wir wissen. Gerade was die One-Piece-Welt etc. angeht. Blackbeard nennt sein Schiff oder hat sein Schiff nicht umsonst Saber of Sebek genannt. Er hat nicht umsonst Beehive Island. Also er ist ja nicht umsonst derjenige, der so den Willen von Sebek vermutlich geerbt bekommen hat oder ich sag mal diesen Willen verfolgt, was auch immer das sein mag, König der Welt zu werden und so weiter. Das hatten ja auch die Blackbeard-Piraten gegenüber Saturn so gesagt, dass sie die Welt wollen, mehr oder weniger. Also da bin ich gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hinsichtlich Blackbeards Plan oder seinem Move vielleicht die eine oder andere Sache sehen. Denn es entwickelt sich ja gerade etwas, nämlich die beobachten teilweise auch die Revolutionsarmee, die ja aktuell den Tenerubitus, das Essen kappt oder die Nahrungsmittel kappt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Blackbeard da sehr gut eine Chance sieht, dass er da natürlich in eine gewisse Position kommt, wo er dann mit der Weltregierung verhandeln kann, dass er sich darum kümmert, dass die tatsächlich wieder Nahrung bekommen, um so natürlich diesen Plot natürlich auch weiter fortschreiten zu lassen. Denn neben Blackbeard hat natürlich auch die Revolutionsarmee hier ein großes Miteinander oder eine Teilhabe an dem Ganzen, gerade bei Blackbeard, was auch Garb etc. angeht. Und ich hatte es ja eingangs gesagt oder selber sagt, es wird ein riesiges Battle Royale sein. Wie siehst du so den Move von Blackbeard, gerade auch die Verbindung zu Kusan etc.? Wie siehst du so den möglichen Aspekt, was Blackbeard angeht im nächsten Jahr? Also er hat ja seine Ziele klar formuliert, was auch seine Ziele für Hachinoso zumindest sind oder sein Traum in dem Sinne mit der Insel. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Blackbeard halt in dieser Szenerie schon am längeren Hebel sitzt. Wir wissen, dass Monkey D. Garb in seiner Gewalt ist. Wir wissen, dass er relativ viele Infos hat. Theoretisch Katharina Devon in der Lage ist, sich in Saturn zu verwandeln und seine Persönlichkeit noch zu nutzen, was immer das jetzt noch für Nebenwirkungen für die Weltregierung haben kann. Er wäre in der Theorie in der Lage, die Lebensmittellieferung wieder aufrechtzuerhalten, indem er die Blockaden der Revolutionäre zerschlägt. An der Stelle sei gesagt, das wird, glaube ich, ein bisschen vom Stellenwert unterschätzt, wie krass das eigentlich ist. In einer Serie oder so wird das klassisch besser rüberkommen. In One Piece, wo wirklich hunderte Kapitel so von Ark zu Ark verstreichen, geht das vielleicht ein bisschen unter. Aber die Tenyobito, die ja nun mal an der Spitze der Nahrungskette der gesamten Menschheit stehen, die verhungern gerade. Also die reichsten Menschen, die einfach Sklaven für zig Millionen Berry oder so einfach kaufen, weil sie Lust darauf haben, die verhungern gerade oder sind kurz davor, weil die Revolutionäre überall von allen Seiten Blockaden errichtet haben. Und das hat natürlich schon einen Stellenwert. Dann ist natürlich die Frage, wie sehr lässt sich die Marine wirklich auf jemanden ein, wo zum einen Kusan sich rumtümmelt, was ja auch nicht so gut gerade bei Akaino und so aufstößt. Zum anderen gab es ja schon mal eine Art Kooperation, zumindest gegenseitiges Aufeinanderzugehen im Rahmen der Sieben Samurai der Meere. Dort ist Blackbeard ja ebenfalls eingetreten. Und was hat er gemacht zum Dank? Er ist nach Impel Down gegangen, hat Insassen befreit, hat noch jemanden von der Marine mitgekrapert, nämlich Shirio. Zusätzlich dazu ist er auf das Marine fortgegangen, hat Whitebeards Frucht geklaut und hat damit die Marinesoldaten auf Marine fortangegriffen, sogar noch kurz mit Sengoku geklasht. An der Stelle, wenn die Marine an den Punkt kommt, wo sie mit Blackbeard wirklich zusammenarbeiten, obwohl er natürlich einen Gab in der Hand hat und obwohl es da natürlich dann Beweggründe gibt, da sollte jedem klar sein, dass Blackbeard da nichts außer sein eigenes Wohl natürlich im Sinn hat. Cool wäre es aber natürlich trotzdem klar. Ja, ich bin gespannt, weil gerade diese Sache mit den Tenryu-Breathes ja so interessant ist, weil ich sag mal so, diese Top-Leute auf Mary Joa, die sind jetzt nicht absolut in Gefahr, was jetzt die Nahrung ist, sind ja halt diese Fodder-Tendryu-Breathes. Und ich bin mal gespannt, welchen tatsächlichen Stellenwert diese wirklich haben. Ob die Weltregierung sagt, okay, wir wissen, dass Blackbeard eine hinterhältige Ratte ist, aber die Tenryu-Breathes hier, die verhungern tatsächlich. Ob die hier so jemand wie Imo, die fünf Weisen sagen, okay, juckt uns, ist uns egal, oder die müssen auf jeden Fall überleben, dann muss da natürlich auch nochmal ein Reason hinter sein, warum die dann tatsächlich doch so wichtig sind. Ähm, ich bin gespannt, weil Blackbeard natürlich als Hinterhältiger schon so seinen Stempel aufgedrückt bekommen hat und ich glaube, die Weltregierung ganz genau weiß, dass Blackbeard natürlich seine eigenen Interessen verfolgt. Der will ja offiziell König werden, mit der Weltregierung verhandeln und so weiter. Und ich denke, die Weltregierung hat natürlich aus der Erfahrung gelernt, aber diese Sache mit der Revolutionsarmee dürfte natürlich nochmal sehr spannend werden, denn am Ende des Tages ist da dann irgendwie so ein Dreiergespann, denn die Revolutionäre, die machen der Weltregierung gerade zu schaffen. Ja, Blackbeard wäre natürlich hier der mögliche Kandidat, das Ganze zu unterbinden und vielleicht versucht die Weltregierung das dann natürlich auch für sich zu nutzen. Ich denke, jeder geht dir dann so den eigenen Interessen nach und gerade diese Thematik um Dragon, die Revolutionsarmee und gerade auch Blackbeard, da hängt ja auch schon vieles in der Vergangenheit für die Zukunft nach. Ich hatte da vor kurzem noch ein Video zugemacht, dass wir eventuell Dragon sehen werden, der vielleicht sogar gar befreien wird, weil einerseits ist er ja genauso Familienmitglied wie Ruffy, weil wir alle denken ja immer, Ruffy wird derjenige sein, der vielleicht Garp befreien wird, aber Blackbeard hat damals Baltigo zum Beispiel angegriffen. Das haben viele gar nicht mehr auf dem Schirm und Dragon hat den natürlich ganz klar ein Interesse daran, sich vielleicht sogar auch zu rächen, denn diese Aktion von Blackbeard hat ihn vielleicht ein paar Jahre zurückgeworfen. Wir haben da natürlich die Situation mit Garp. Dragon und Garp haben vielleicht noch eine engere Bindung als jetzt Ruffy und Dragon, der ihn ja theoretisch nie gesehen hat, aber Garp ist ja natürlich jemand, der vermutlich auch seine Finger in der Sword-Einheit halt hat und da vermutlich auch die ein oder anderen Hebel in Bewegung setzt und die Revolutionsarmee ist nun mal Fakt, wird die Revolution sein der Weltregierung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch irgendwie Undercover, Hand in Hand gearbeitet haben. Also diese Verbindung oder die Möglichkeit, dass die Revolutionäre hier gegen Blackbeard irgendwas unternehmen, gerade weil die Blackbeard-Piratenbande natürlich auch die Revolutionäre hier beobachten, gerade durch Draftat vor kurzem, das dürfte oder wirft eine sehr, sehr interessante Dynamik auf. Und wirft selbstverständlich auch die Frage in den Raum. Glaubst du, die Revos machen hier vielleicht irgendwie einen Move Richtung Blackbeard, dass sie vielleicht Garp befreien? Ich meine, die haben krasse Teufelsrüchte, was so Infiltrieren und so weiter angeht. Also wie schätzt du das Ganze so aus der Sicht der Revolutionsarmee? Wie schätzt du das so ein? Also, guck mal, aus der Sicht der, guck mal, aus der Sicht der Revolutionsarmee wäre es natürlich ein Big Win aus Fan-Perspektive betrachtet. Denn, klar, dazu muss man aber auch sagen, es gibt immer am Ende des Jahres die Diskussion, okay, was könnte im nächsten Jahr passieren? Und ich würde mal sagen, seit 2022 ist sich die Community immer einig zu sagen, okay, nächstes Jahr müssen die Revolutionäre aktiv auf die Bühne treten. Keine Blockaden oder sonst irgendwas, sondern ein aktives Geschehen. Auch wenn implementiert wird, dass die Revos mit ihren begrenzten Ressourcen natürlich eher im Hintergrund nach und nach sich vorarbeiten und nicht jetzt den offensiven Kampf suchen. Trotzdem wünscht man sich in irgendeiner Art ein offensives Szenario. Und auch dieses Jahr schließe ich mich dem an. Aus Revolutionsperspektive wäre es ein klares, deutliches Zeichen. Denn, selbst aus Propagandasicht für die Revolutionäre, und da spielt ja auch Bellobetti und Co. nochmal eine Riesenrolle, was hat es denn für eine Botschaft, wenn zum Beispiel Blackbeet versucht, mit der Marine zu verhandeln und die Marine ihren eigenen Helden und gab es in der ganzen Welt auch bekannt als Held der Marine nicht zur Hilfe kommt und ihn dort in Anführungsstrichen verrotten lässt, aber die Revolutionäre dann dahin gehen und ein Marine Soldaten befreien, quasi ein Gegner ihres eigenen Systems. Das könnte auch, wie gesagt, für Bellobetti und Co. und für die gesamte Revolutionsarmee nochmal interessant werden, denn wir sehen ja, dass gerade auch Sabo so einen richtigen Rise in der Community rund um Wompis hat, beziehungsweise halt auch für die ganzen normalen Bewohner und so, die sehen ihn als Flammenkaiser, die sehen ihn als Leuchtsymbol der Revolution und da könnte sowas echt nochmal einen coolen storytechnischen Impact haben und man muss auch sagen, da die Blackbeard-Piraten ja sowieso gerade unterschiedliche Ziele haben, sie haben unterschiedliche Schiffe, die sie immer mal wieder an unterschiedliche Orte schicken, jetzt geht es darum, den Mann mit der Brandnabe finden, indirekt dann natürlich auch das verschollene Road-Poneglyph, natürlich auch irgendwie andere Piraten, die gefährlich werden könnten auszuschalten, Crossgild im Blick behalten, Ruffy im Blick behalten und sowas, dass die natürlich auch nicht irgendwie an das letzte Road-Poneglyph bekommen, auch Shanks ist hier natürlich ein Thema, die sind auch gelegentlich, und das sehen wir immer wieder, auch relativ verstreut, das heißt, ein Angriff auf Hachinoso von der gesamten Revolutionsarmee ist auch mit guten Erfolgsaussichten ausgestattet, das muss man auch ganz klar sagen, wenn es in der Theorie ein Garb alleine mit ein paar Kontradmirälen schafft, Korbi und andere dort zu befreien und nur Garb zurückbleibt, obwohl ein Cusan da ist, dann können die gesamten Revolutionäre samt Dragon da auf jeden Fall Impact haben, fände ich cool. Also, man merkt ja ganz klar, finde ich auch, von den Charakteren oder von den Fraktionen, die wir ja gerade haben, dass man ganz, ganz gut diese Aussage von Oder wieder aufgreifen kann, ist es ein Battle Royale sein, und man merkt natürlich, jeder hat irgendwie bei dem Gegenüber ein Interesse, da irgendeinen Move zu machen, sei es Blackbeard, der natürlich jetzt einerseits den Mann mit der Brandnarbe sucht, wo man dann vielleicht auch da vielleicht auf den Schluss kommen könnte, okay, Blackbeard hält vielleicht Dragon für denjenigen, weil die Revolutionäre, die haben schwarze Schiffe, Dragon kann Stürme und Wirrpools damit erzeugen, ja, und wir haben auch noch was sehr Interessantes, dieses Tattoo von Dragon könnte ebenfalls als Brandnarbe gewertet werden, denn von der Farbe her sieht es auch aus wie der Huf des aufsteigenden Drachen, oder wie das Sonnensymbol der Sonnenpiraten, könnte man ebenfalls als Brandnarbe irgendwie sehen, das dürfte halt auch nur interessant sein, sowohl Dragon hat, ich sag mal, den Bezug zur Weltregierung, weil er die ja gerade manipuliert angreift, der hat mögliches Interesse, Blackbeard anzugreifen, weil Blackbeard hier die Revolutionäre ausspioniert und die vielleicht hier an ihrem Move hindern möchte, also man merkt ja ganz klar, dass diese Verbindungen zueinander, dass die immer größer und immer mehr werden, ja, Ruffy, wenn wir jetzt mal Ruffy und Co. oder Shanks mit reinwerfen in den Pool, ja, Ruffy hat ebenfalls ein Interesse, Blackbeard aus dem Weg zu räumen, wo man auf der anderen Seite natürlich auch sieht, Ruffy muss Sabo treffen, weil Sabo hat ja von König Kobra eine Message bekommen, die er weitergeben muss, ja, und das Treffen zwischen Ruffy und Dragon steht ja auch schon seit sehr, sehr langer Zeit aus, Shanks hat ebenfalls seinen Move, der Kampf gegen Blackbeard wurde auch angeteast, also man sieht hier ganz klar, Oda bereitet, denke ich mal, dieses große Battle Royale vor, weil jeder irgendwie ein Interesse hat, den jeweils anderen irgendwie anzugreifen, fertig zu machen, sich in den Weg zu stellen, also man merkt hier ganz klar, dass hier definitiv Oda versucht, alles irgendwie ineinander zu polen und ich persönlich muss sagen, jetzt kommen natürlich noch kleine, ist aber mal Fraktionen, gerade die Cross gilt natürlich noch sehr interessant, wo siehst du die hier in diesem Szenario, denkst du Buggy wird eher so jemand sein, gerade mit Mihawk, Crocodile, die am Ende vielleicht um das One Piece mitkämpfen, weil ich persönlich sehe die eher so als das fünfte Rad am Wagen so ein bisschen, weil ich für die jetzt aktuell nicht so eine perfekte Zugehörigkeit sehe, wie jetzt bei den anderen ganzen Fraktionen, wie schätzt du die ein? Ja, man hat irgendwie schon das Gefühl, dass die anderen natürlich auch klarer strukturiert und auch schon deutlich weiter sind. Blackbeard hat die Road-Pone-Glüfe von Trafalgar, die Water Lore, Raffi hat selbst drei Road-Pone-Glüfe sich erkämpft, Justus Kidd hat seine abgenommen bekommen und die sind dann an Shanks gegangen, das heißt, eigentlich sind alle Parteien weiter als die Cross gilt so selbst, Buggy hat ja sich irgendwie da so seinen Hut in den Ring geworfen, das ist jetzt nicht unbedingt das Interesse, was von Mihawk und Crocodile geteilt wird, aber an der Stelle muss schon klar sein, dass die Cross-Gilde nicht von Oda in die Story geschmissen wird, ohne dann schlussendlich irgendeine Art von Impact zu haben. Für mich wäre der ideale Lösungsansatz, dass die Cross-Gilde 2025 jetzt nicht den heftigsten All-Out-Kampf hat, heißt nicht Buggy, Crocodile und Mihawk zusammen als Trio gegen irgendwelche anderen heftigen Leute, kann auch sein, fände ich auch cool, versteht mich hier nicht falsch, aber aus Story-technischer Perspektive fände ich es viel wichtiger, wenn 2025 die Cross-Gilde ein neues Mitglied bekommt, die den Unterschiedsfaktor klar macht, wohin die Cross-Gilde sich bewegen will. Wir haben auch mal in einem vergangenen Podcast von zum Beispiel Doflamingo gesprochen, ein ideales Beispiel dafür, ein starker Charakter, den darf man nicht unterschätzen, ja, der hat nämlich Ruffy unterschätzt, hat eine Technik gesehen, die er noch nie gesehen hat mit G4, hat dann ein bisschen rumgetänzelt, hat ja Ruffy sogar zwischenzeitlich immer noch K.O. gekriegt und so, also der ist nicht schwach, der weiß extrem viel, besonders in Bezug auf Mary-Jo und Co. und könnte vielleicht auch was über die Brandnabe etc. wissen, also an dieser Stelle wäre zum Beispiel Doflamingo so ein Unterschiedscharakter, der sowohl stärketechnisch als auch storytechnisch den Wendepunkt für die Cross-Gilde bringen kann, dass man sagt, okay, vom fünften Rad am Wagen zu Mainplayer, so, und das würde ich mir zumindest wünschen irgendwie für die Cross-Gilde. Also was die angeht, da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass man so dieses Buggy-Gelück, wenn man es einsetzt oder wenn man es tatsächlich nutzt oder das nutzt, dass man es gut macht, ansonsten soll man das, finde ich persönlich, erstmal hier so hinten ranstellen. Es kann natürlich sein, dass der dann irgendwann mit auf Love-Deal da steht und mit um das One Piece halt kämpft, klar, kann passieren, aber ich fände halt diese, ich sag mal, Konstellation von diesen Charakteren außerhalb, die halt absolute Keyplayer sind, wie dort eben sagtest, Doflamingo möglicherweise oder halt Crocodile Mihawk, dass die natürlich viel größeres Potenzial halt liefern, als dass man einfach so dieses Comedy-Stück hier um Buggy einfach weiter auf Krampf erzählt. Muss man persönlich, finde ich, nicht. Ich hoffe wirklich, da gibt es wirklich einen Plan für diese Gilde, denn gerade die Thematik um Doflamingo Crocodile, gerade im Hinblick auf die antiken Waffen, was nochmal interessant werden dürfte. Wir haben ja einerseits Crocodile, der ja eine antike Waffe, nämlich Pluton, sucht, ja und dann haben wir hier natürlich das Angebot gehabt von Doflamingo, dass die zusammenarbeiten, also da könnte natürlich noch was sehr Spannendes sein. Also ich hoffe wirklich, dass diese Crossgilt nicht irgendwie out of context da so rein gemischt wird und das auf Kampf. Ich glaube es zwar nicht, ich denke, Oda hat da schon einen sehr guten Plan parat, deswegen bin ich mal gespannt, was da angeht. Und jetzt kommen wir mal auf die Weltregierung, auf die Marine, die Sword-Einheit zu sprechen, denn die sind ja natürlich so im Zugzwang irgendwo, weil die sich natürlich verteidigen müssen oder ich sag mal eher die Weltregierung und die Marine sich verteidigen müssen und es ist ja gar nicht mal so abwegig, dass die Marine vielleicht sich irgendwann von der Weltregierung so ein bisschen abkapselt, weil natürlich die Weltregierung halt einfach pur böse ist, ist natürlich klar. Wie denkst du, agiert die Weltregierung? Meinst du, die halten sich so ein bisschen zurück oder denkst du, die Gorosei gehen wieder in Aktion oder wie schätzt du die aktuell so ein? Also Weltregierung, ähm, Hilfe, ähm, ich würde mal so sagen, also, ich glaube schon, dass die Weltregierung in gewisser Weise immer noch mitmischen wird, ich glaube, es sind aber nicht die fünf Gorosei wie in Eckert. Ein Gorosei könnte vielleicht sein für irgendeine gewisse Szenerie, dass man den entsendet, muss nicht unbedingt Elban sein an der Stelle. Ich wünsche mir einfach nur, dass man zum Beispiel sieht, was Figerland Garling für Kräfte hat oder das zumindest erfährt. Das muss jetzt nicht ein All-Out-Kampf, Figerland Garling, bla 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 und am Ende des Tages ist er rausgenommen aus der Story, aber zumindest das Wissen um seine Stärke und Oda hat ja gesagt, er ist aus einem bestimmten Grund stark, da will ich den Grund wissen, das wäre schon mal ganz cool. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man 2025 eher nutzt, um zum Beispiel den zwei Admirälen die Bühne zu geben, die es bisher noch nicht so hatten, nämlich Green Bull also Aramaki und Fujitora also Isho. Fände ich ganz cool, weil beide haben halt nie wirklich ihr Spotlight bekommen. Bei Green Bull muss man sagen, der leidet eher storytechnisch immer wieder, war No Kuni Präsenz, war eher so mau, auf Mary Jo hat der auch nicht wirklich geglänzt an der Stelle und wir wissen halt zu wenig, außer einem verletzten und angeschlagenen King und Queen hat er nicht wirklich was gerissen. Wir wissen, dass er gegen Edward Weevil angekommen ist, aber wir wissen ja gar nicht, wie krass Edward Weevil ist, das heißt, wir können ja keine Leistung honorieren, wo wir gar nicht wissen, wie schwer es ist, diese Leistung zu erbringen. Deswegen Aramaki fände ich ganz cool, wenn der ein Spotlight bekommt und auch Fujitora muss ich sagen, weil Dressrosa war auch überhaupt gar keine Reproduzierung dessen, was er eigentlich drauf hat. Der hat ein bisschen gespielt mit Ruffy, das war aber nur ein Schlagabtausch auf einer Art Freundschaftsrivalenebene, könnte man sogar sagen. Gegen Doflamingo hat er auch nicht wirklich was gemacht, weil Doflamingo und den Antieren ist sieben Samurai der Meere-Mitglied war, deswegen wollte er nichts dagegen machen und er hat sich an vielen Stellen zurückgehalten, auch am Ende, wo er kurz einmal ernst gemacht hat, hat er seine Attacke aber abgebrochen, um die Bewohner von Dressrosa zu schützen und hinterher kriegen wir aber Infos, wie er hat zum Beispiel ein Drachenschwert und solche Geschichten. Also ich glaube, dass Aramaki, also Green Bull, als auch Fujitora beide noch richtig viel mehr drauf haben und wir davon noch echt wenig gesehen haben, deswegen würde ich mir eher wünschen, dass man die zwei wieder in die Story reinwirft und dass die wirklich mal einen richtigen Kampf hat. Wenn es darum geht, okay, wie agiert die Weltregierung in offensiver Hinsicht, wünsche ich mir die zwei Charaktere mehr als zum Beispiel die fünf Weisen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir dann so dieses nächste Jahr einfach auch dafür nutzen, um gewisse Standards nochmal zu setzen, gerade wie du ja sagtest, einerseits die zweite Mireille oder natürlich jetzt auch, ich meine, es hat ja dieses Jahr auch schon ein bisschen mit Kisawa angefangen oder jetzt, wie du sagtest, der Vater von Shanks oder möglicherweise Vater von Shanks höchstwahrscheinlich, Figerland-Garling, dass wir da natürlich jetzt hier vielleicht so Showcases kriegen, dass Oda so die Messlatte halt zeichnet und uns dann so ein bisschen darauf vorbereitet, was uns dann in den nächsten Jahren erwartet. Wie du sagtest, die müssen jetzt nicht All-Out-Kämpfe oder so haben, einfach irgendwelche Showcases, auch vielleicht gegen nicht allzu starke Charaktere oder Sonstiges, dass man hier vielleicht so gewisse Punkte halt einfach sieht, wo man gewisse Charaktere dran messen kann, okay, Ruffy ist noch so und so weit entfernt oder wäre ja cool, wenn man dann irgendwo so die Parallele zu Shanks ziehen könnte, was Garling angeht, die beiden haben Evenclash oder irgendwie sowas gehabt, also das sind so Punkte, die man hier sehr gut aufarbeiten könnte und am Ende vielleicht noch die Frage so mit Imo, glaubst du, der wird die antike Waffe Uranus nochmal benutzen jetzt nächstes Jahr? Ich glaube nicht, weil wenn er die nächstes Jahr schon wieder benutzt, dann stellt sich so eine gewisse Art von komischen Zyklus ein, weil dann denkt man sich vielleicht in kommenden Szenarien, wenn es, es ist nicht so unrealistisch, dass One Piece jetzt auch noch bis 2028, 2029 geht und wenn er jetzt quasi jedes Jahr diese Waffe zündet, dann könnte man sich bei jedem Szenario denken, ey gut, aber warum hat eben Saman da nicht vielleicht, also sie nicht dafür benutzt oder warum hat er sie dann nicht benutzt und sowas. Deswegen, ich glaube eher, da hebt man sich noch auf für eine andere Szenerie. Ich glaube, das war nur so eine einmalige Kostprobe dessen, wie krass die Welt von One Piece sein kann, aber das ist wirklich Endgame-Szenario, was man sich nochmal so, ich würde sogar sagen, zwei, drei Jahre aufhebt. ist meine persönliche Einschätzung. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das dann nutzt, wenn tatsächlich so dieses Battle Royale in den höchsten Phasen ist, weil es ist ja atypisch für ein Battle Royale, dass dann die Heftigsten der Heftigsten übrig bleiben und die sich dann meistens auch irgendwo an einem Punkt aufhalten, ob es jetzt vielleicht Love Tale ist oder irgendeine andere Insel, wo dann die absolut krassesten Leute sind und dann man da Uranus abfeuert. Müssen wir mal abwarten, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Leute, im Großen und Ganzen warst das erstmal von dem Podcast, was uns im Jahr 2025 ungefähr erwarten könnte. Ich denke, der Konsens ist oder sollte sein, dass wir sehr viele Vorbereitungen haben, sehr viele Showcases bekommen werden, denn ich persönlich denke, jetzt geht es wirklich ins Eingemachte und oder wird vermutlich diesen Schreibstil beibehalten, wenn es darum geht, gewisse Dinge einfach vorzubereiten, zu showcasen, ja. Der springt vermutlich sehr, sehr viel hin und her und lenkt diese Charaktere in die Richtung, dass man halt sagt, okay, die werden jetzt vielleicht sogar 226 tatsächlich dann alle ihre Clashes bekommen, ihre Kämpfe und so weiter, aber nächstes Jahr dürfte, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Vorbereitungsjahr werden, was außerhalb L-Bahn angeht und L-Bahn könnten wir vielleicht sogar schon das Highlight bekommen. Warten wir mal ab, vielleicht kann L-Bahn auch noch drei Jahre dauern, das wissen wir natürlich alles nicht, ja. Man weiß ja nie, was Oder da plant, aber im Großen und Ganzen sollte das die Roadmap für 225 sein. Natürlich ist das nur Theorie, ja. Man muss natürlich abwarten, was Oder am Ende des Tages machen wird, aber so viel, ich meine, es ist trotzdem noch viel, aber so viel haben wir nicht mehr, wenn One Piece oder das One Piece Richtung Ende geht, ja. Ich schätze ja so, wir werden das, oder das wird so ein 2030er sein, das heißt ja, so sechs Jahre hätten wir vielleicht noch, wenn man da jetzt so zwei Jahre Finale Krieg oder vielleicht sogar drei Jahre Finale Krieg noch abzieht, ja. Das One Piece, also da kommt ja noch sehr viel, deswegen, und wenn man mit 30 Kapitel pro Jahr rechnet, dann dürfte das auch nicht mehr allzu viel sein. So Leute, schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare, was glaubt ihr passiert nächstes Jahr so in One Piece, vergesst natürlich nicht, falls euch der Podcast gefeiert, gerne einen Daumen da oben da zu lassen, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren und gerne auch beim guten Mirologs abchecken, da wird es auch Videos und Podcasts sein, da bin ich bestimmt auch mal wieder am Start und dann war es das erstmal. Wir sind erstmal raus, wir wünschen euch was, macht's gut, haut rein. Ciao und tschüss.